So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play New Super Mario Bros. U für die Wii U und wir gehen jetzt mal in dieses Schloss, wo wir ja schon alles haben, da brauchen wir gar nicht mehr rein. Hier ist bestimmt irgendwas, aber ich weiß nicht, wie ich da klein werden kann, ich könnte es ja mal probieren. Ich such mal ein bisschen nochmal, ob ich hier nicht vielleicht irgendwie doch einen Pilz finde, der mich... Ich weiß, wie ich... okay. Ich muss in die Röhre da rein. Die Frage ist nur, wie komme ich da rein? Vermute, ich weiß es nicht. So, warte, da ist eine Feuerblume, das ist auch gut. Lass ich mal erstmal. Ich möchte nämlich gerne den hier nutzen, um da reinzukommen. Weil ich muss in diese Röhre bestimmt rein, da bin ich mir ganz sicher. So, dazu möchte ich gerne den hier nutzen. Und das geht nicht, scheiße. Okay, ich komme da nicht rein. Gut, okay, dann nehme ich die Feuerblume mit, aber das bringt mir eh nichts, weil ich drücke jetzt mal auf... Beenden, so. Äh, ja, möchte ich. Und dann suche ich mal vielleicht nach einem... Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt rein kann, das weiß ich nicht mal. Ich muss mich mal ganz kurz... Nein? Hier hin, Eichnein, Abschuss, so. Okay. Ja, dann werden wir mal ganz kurz suchen nach einem... Hier, nach dem Dings. Das möchten wir jetzt haben. Genau. So. Und jetzt hier ist der Secret X. Ach, der bringt mich ja gleich dahin bestimmt. Da kann ich einfach da langlaufen. Ach, schön. Und noch ein Stück. So. Okay. So, ich hoffe, das bringt überhaupt was. Ich hoffe, das geht überhaupt, vor allem. Ich weiß es ja nicht. Alter, ist das ein Riesenweg hier. So. Okay. Vielleicht... Ich weiß nicht, ob hier überhaupt der Secret X ist. Ich muss auf jeden Fall erstmal das Ding hier benutzen. So. Und dann gehe ich da mal rein. Und versuche, keinen Schaden zu nehmen. Das sollte eigentlich möglich sein. Außer ich stelle mich wieder total dämlich an. Hier, das brauche ich nicht. Was da drin ist. So. Okay. Das auch nicht. Da war ja auch nichts drin. Hat. Wir landen. So. Wow. Ach ja, jetzt bewegt der sich dahin. Gut. Ich warte jetzt mal hier. Ja, das geht so nicht. Ha. Jetzt bin ich da drin. Gut. Was kriege ich jetzt hier? Ich weiß schon, was ich... Was? Was? Das kann nicht euer Ernst sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Liebe Entwickler. Das alles für eine Eisblume? Die muss irgendeinen Sinn haben. Die muss irgendeinen Sinn haben. Ich weiß bloß nicht welchen. Ich kann die hier eineisen, ne? Kann ich das? Ach cool. Das kann ich. Okay. Die Frage ist, was bringt mir das? Das weiß ich noch nicht. Oh. Das bringt mir zumindest das hier schon mal. Die Frage ist, was ist auf der Seite? Ich weiß es nicht. Aber warte mal. Halt. Ich mach dich mal nochmal zu Eis. Dann mach ich hier nochmal... Ach, scheiße. Komm ich unten nicht an. Hm. So ein Mist. Wie krieg ich jetzt das Eisding da runter? Weiß es nicht. Brauche ich das vor... Brauche ich das? Kriege ich das da hin? Jetzt auf der falschen Seite. Scheiße. Hm. Da könnte ich aber... Na gut. Dich mach ich mal kaputt. Dich brauch ich nicht mehr. Nein. Jetzt bin ich runtergefallen. Alter, ich bin runtergeschlittert. Mann. So ein Scheiß. Okay. Ich weiß immer noch nicht, ob da unten irgendwas ist. Das weiß ich nicht. Da muss ja irgendwas sein. Äh, jetzt... Muss ich wieder suchen. Nach so einem schönen Flughörnchen-Dings. Weil sonst komm ich da oben wahrscheinlich nicht... Ach nee, ich brauch nur eine Eisblume. Aber habe ich eine Eisblume? Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu schön. Aber ich... Weiß nur nicht. Ich muss mal gucken, was mir eine Eisblume bringen würde überhaupt. Ich gehe mal erstmal zum Mittelpunkt hier. Und nehme mal erstmal die normale Feuerblume. Ich weiß noch nicht, was die mir bringt. Keine Ahnung. Vielleicht denn irgendwo hoch wahrscheinlich. So. Vermute ich mal, dass ich das dann kann. Hier ist ein Pilz. Achso, ich hätte schon eine Feuerblume haben können. Aber ich bin ja blöd. So. Die Frage ist... Ich weiß nicht, ob ich... Ob ich da irgendwie hochkomme. Außer so nicht. Wow. Ich habe keine Ahnung, wie... Wie und ob ich da irgendwie hochkomme. So, komm wieder zurück. Nein. So, genau. Ach egal. Ich wollte jetzt noch die Münzen haben. Ist ja auch wurscht. So. Ich probiere es mal mit dem Stern, den ich hier hinten finde. Vielleicht ist da ja was. Ich weiß es nicht. Ich wüsste aber nicht, wozu. Oder was, was da sein sollte. Aber ich suche ja auch gerade einen Sekret-Exit. Von daher... Man weiß ja nie, ne? Das war gar nichts. Toll. Na, wunderbar. Da ist ja gar nichts. Gut, dann muss ich hier mal suchen. Also hier auf jeden Fall... Irgendwie muss ich klein werden. Ich vermute... Du bist die Lösung des Rätsels. Egal. So. Muss ich irgendwie da rauf und jetzt... Nein. Scheiße. Mann. Das muss für irgendwas gut sein. Es muss für irgendwas gut sein. Ich weiß bloß nicht, was ich da kriege. Ich versuche mal nochmal halt... Ich nehme mal eine Feuerblume. So. Wobei dann ein Stern vielleicht sinnvoller wäre. Ach, egal. So. Ich kann ja die Dinger hier auch kaputt schießen. Das ist ganz praktisch. So. Warte mal. Kann ich? Kann ich? Kann ich nicht. Dich kann ich kaputt schießen. Aber... Um dich kaputt zu schießen, müsste ich... Ach so. Kann ich auch so machen. Okay. Halt. Was bekomme ich hier? Ein Leben nur. Scheiße. Das hilft mir überhaupt nicht weiter. Ich möchte gerne einen Anhaltspunkt, wo ich diesen Mini-Pilz kriege. Hm. Hier ja offensichtlich noch nicht. Ja, die Frage ist, wo soll ich den denn bekommen? Ich will mal einen Secret-Exit finden, ohne dass ich irgendwo nachgucken muss, wie das geht. Bitte gib mir dazu mal eine Möglichkeit durchspielen. Danke, das wäre ganz toll. Das ist eine Feuerblume. Da ist nichts drin. Da ist auch nur eine Münze drin. Scheiße. Hm. Also den hier zu besiegen, hat ja wunderbar geklappt, wie man sieht. Da ist nichts. Hier ist nichts. Ich weiß nicht. Bin gerade ratlos. Hier komm ich hoch. So. Hier muss ich nämlich schon klein sein, wie man sieht. Die Frage ist nur, wo kriege ich den kleinen Pilz? Ich weiß es nicht. Ich gucke danach irgendwo. So. Bevor ich hier ewig suche. Ich finde es ja offensichtlich nicht. Ich will hier ja nur ein Leben dadurch. Und hier... Ach nee. Da finde ich auch nichts. So. Hier suche ich auch noch Tiefseeträumerei. Hier habe ich schon alle. Gut. Okay. Hier suche ich noch die zwei Sternmünzen. Wo könnten sie sein? Ich weiß es nicht. Oh. Was? Nun. Ach. Diese blöden Geister hier schon wieder. Ah. Nein. Scheiße. Genau den falschen Moment. Natürlich. Ist doch klar. Aber der springt zu hoch. Mann. Scheiße. Okay. Nächster Versuch. Tiefseeträumerei. Ich hasse diese Level hier. Die werden jetzt auch zunehmend schwerer. Aber ich suche ja auch noch die Sternmünzen. Das kann ja auch ein bisschen schwerer sein. So. Muss ja auch ein bisschen schwerer sein, weil das wäre es ja zu einfach. Ach. So. Mist. Jetzt bin ich zu spät. Verdammt. So. Das ist immer schwer abzuschätzen hier. Okay. Ich gehe mal da rein. Jetzt bin ich unter Wasser. Okay. Und ich sehe überhaupt. Na toll. Ich sehe überhaupt nichts. Ist ja praktisch. Ein Pilz. Das ist schon mal praktisch. Aber dass ich nichts sehe, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ne. Ich hätte gerne mehr Licht. Lasst uns ein wenig Licht ausgehen. Wo ist Gandalf mit seinem Stab, wenn man ihn braucht? Verdammt. Hier ist aber auch nichts. Ne. Hier sind nur Geister. Wow. Jetzt schwimmt doch mal da weiter. So. So. Hier kommen noch die Geister hier. Ist hier oben irgendwas? Ne. Deswegen habe ich hier auch die Sternmünzen nicht gefunden, weil das einfach so... Alter. Wer denkt sich das denn aus? Mann. Der Level-Designer. Ja. Wer war denn das? Scheiße. Stand in den Abspann, den ich nicht gelesen habe. So. Hier sehe ich jetzt was. Nämlich Münzen. Na. Zu spät. Verdammt. Äh. Zu langsam war ich vor allem. Aber auch hier ist keine... Sternmünze, ne? Ich suche immer noch. Ich finde sie nicht. Ich weiß nicht, ob ich an die Fallen rankommen darf. Keine Ahnung. Hier kann ich auch nicht durch. Ne. Also hier ist offensichtlich nichts. Hier fehlt ja auch noch der Secret Exit. Hier. Ja, ich habe schon die erste Sternmünze verpasst, weil vor dem Dings ist mindestens eine. So wie ich die Level kenne. Vor dem Checkpoint. Jetzt habe ich eine Eisblume. Die bringt mir hier auch nicht viel eigentlich. Aber naja. Was willst du machen? So. Hier ist so ein Lichtfisch. Ach doch, die bringt mir was. Dann kriege ich Licht. Ist ja auch nicht schlecht. War es noch ein Geisterkreis? Hier ist noch was. Frage ist, was? Ich weiß es nicht. Ach, ein Stern. Ach, ich sehe was. Ich sehe was. Ich sehe was. Ich sehe was. Wie praktisch. Wie praktisch, dass er jetzt schon vorbei ist. So ein Scheiß. Da ist die zweite Sternmünze. Gut. Die dritte wird also hier drüber irgendwo sein. Ups. Warte, 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 warte. Da ist nichts. Okay. Hier ist auch nichts. Nee. Hm. Das ist so schwierig. Wenn mal zu sagen, wo das sein soll. Oder wo das sein könnte. Aber es wäre ein bisschen nahe, glaube ich. Ja, das wäre ein bisschen nahe. Andererseits. Ach, da ist sie. Ach. Ach, gucke mal. Tch. Jetzt haben wir auch den Secret Exit gefunden, aber die erste Sternmünze noch nicht. Mann, die. Ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ach, Mann. So. Level beendet. Yeah. Ich spiele schon wieder so lange. Naja. So. Passt schon irgendwie. So. Jetzt Tiefseeträumerei. Ja. Hier. Ach. Das hier. Das hasse ich ja. So. Hier. Da muss ich auch nochmal nachgucken. Also was ich nicht gefunden habe, da muss ich schon mal nachgucken. So. Werde ich dann irgendwas machen. So. Wo fliegt die denn jetzt hin? Da oben. Da war einer drin. Natürlich. Verdammt. Scheiße. Ups. Lass mich runter. Lass mich runter. Genau. Du. Du stirbst mal. Du stirbst mal. Und... Hier kommt mal hierher. Ach, scheiße. Stern. Stern. Jetzt ist der Stern da oben. Scheiße. Ah. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Krass. So. Was kriege ich jetzt? Einen Stern. Yeah. Kann nicht mehr sitzen hier. Die Couch ist schon so eingelegen. Oder eingesessen. Das ist doof. Jetzt hab ich einen Stern. Toll. So. Jetzt sind die Geister hier. weg. Das... Die sind nicht weg. Was? Alter. Wie scheiße. Mann. Jetzt kommt ein neues Ding, bitte. Komm, komm, komm. Na, scheiße. So viel dazu. Toll. Mann. Ich frag mich, ob die für immer besiegt bleiben. Auf jeden Fall kann ich jetzt erstmal so lang gehen. Unbeschadet. So. Und jetzt suche ich mal hier. Haben wir hier schon... Hier haben wir noch nicht alles. Und hier unten. Hier haben wir auch noch nicht alles. Und hier... Hier haben wir ausnahmsweise mal alles. Gut, dann geh ich erstmal hier ran. Und es geht zur Neige. Ach, das war das. Ach, du Scheiße. Entschuldigung. So. Nein. Ach, verdammt. Eine Eisblume ist... Boah, ganz praktisch. Na nun. So, hier wird bestimmt irgendwas mit irgendeiner... Also, ich sehe schon eine... Ah. Nee. Nicht. Komisch. Ich sehe eine... Ich sehe eine Röhre. Aber da ist nix. Komisch. Hier auch nicht. Nee. Da ist nur eine... Nichts. So kriege ich die gar nicht tot. Nee, ich kriege die... Ich kriege die gar nicht tot. Sehr praktisch. Oh. Ups. Ähm. Das bringt auch überhaupt nichts. Da unten ist eine. Die Frage ist nur, wie soll ich sie... Ach ja. So natürlich. Nein. So nicht. Scheiße. Und jetzt da oben muss ich auch nochmal hin. Warte. Da ist ein Leben drin und da falle ich runter. Toll. Ach, wie schön. Okay. Gut. Ich weiß schon, wie ich jetzt... Ne? Und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Wie ich das Dings finde. So kann ich die also töten. Gut. Hopps. So. Komm du mal runter wieder. Komm mal wieder runter, ey. Ey, komm wieder runter, Mann. So. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Was gibt's hier heute für mich? Wieder so eine Blume. So. Jetzt weiß ich schon mal, wo die erste Sternmünze ist. Ich nehme mal die hier gleich mit, oder? Ich weiß nicht. Ja, ist vielleicht ein bisschen weit, oder? Keine Ahnung. So. Nee, noch nicht. Ach. Was war das denn? Ist ja scheiße. Hier ist nix drin? Nee. Okay, ich muss nochmal zurück. Yeah. Was war das denn? So, okay. Dich brauche ich mal. Hä, hä, hä. So. Darüber, genau. Nein, das geht noch nicht. Halt. Ich muss. Hä? Ach, die wird, die wird wieder groß. Wie scheiße ist das denn? Ah, es hat nicht geklappt. Scheiße. Ich muss da irgendwie das Ding... Tu mir mal das Leben hier und sterbe dann wieder. Ist doch toll. Ja. Das hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, das kriege ich gar nicht, wenn ich klein bin, weil ich nicht hoch genug springen kann. So. Ach, wie toll. Wie soll ich denn das... Wie soll ich die Sternmünze da unten kriegen? Das ist ja scheiße. Das hasse ich ja. Vielleicht, wenn ich einen kleinen Pilz habe und da rüber laufen kann, dann geht das vielleicht... Also, wieso... Ich kriege immer die... Das ist ja unfassbar. Also, theoretisch kriege ich die immer, wenn ich überhaupt hochkäme, dann würde ich die auch bekommen. So, warte. So. Halt. Scheiße. Das kommt davon, wenn man es zu eilig hat. Also, das sollte man nicht machen in so einem Spiel. Wenn man sich zu sicher ist und dann durchläuft einfach, dann passiert sowas. So, wie kriege ich diese bekloppte Sternmünze nur? So, jetzt hier so und... Vielleicht mal was anderes. Ach, guck mal, noch ein Pilz. Na, ist ja ganz praktisch. Ja, wunderbar. Alter, was mache ich denn hier heute? Das ist ja unfassbar. Ich nehme gleich einen P-Flügel und versuche es damit. Ob das funktioniert, weiß ich aber nicht. Muss ich auch ganz genau, sonst sterbe ich da ja auch. Wow. Jetzt kriege ich wieder einen Pilz. Alter, was soll ich mit einem Pilz? Und mit der... Das Geklatsche hilft mir auch nicht wirklich weiter. Nicht... Autsch. Nicht wirklich. Scheiße. Was ist hier drin? In der Münze nur. Wahrscheinlich, wenn man... Ah, nein, Mann. Das springt auch richtig. Ach, Mario. Jetzt springt er nicht weit genug. Mann. Wie scheiße. Komm. Ich probiere es mal mit einem P-Flügel. So. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber hier bin ich auf jeden Fall gut damit. So. Okay. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich da runter ohne zu sterben? Na, das reicht nicht. Verdammt. Nein. Zu tief. Zu tief. Zu tief. Mann. Scheiße. Ach. Wie fies das ist. Das muss ich auch irgendwie mit... Ich muss das irgendwie mit der... Mit der Dings machen. Mit... Mit dieser... Ihr wisst schon, was ich meine. Mit dieser Schildkröte da. So. Aber so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, funktioniert es leider nicht. Gib mir doch mal... Ah, ist schon wieder ein Pilz. Alter, was soll ich denn damit? Mann. Vielleicht muss ich das besser abpassen irgendwie. Ich weiß bloß nicht wie. Hilfe. Es ist wütend. Scheiße. Halte das auf. So, da klatschen sie wieder. Das ist auch praktisch. Aber das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Ne? Ne. Okay. Okay. Ich probiere es mal von... Von dieser Seite aus. Das hätte funktioniert, wenn ich jetzt da oben... Stehen geblieben wäre. Hätte das wirklich funktioniert wahrscheinlich. Aber so nicht. Toll. Ach, das ist doch fies. Nein. Das kriege ich nicht mal den Pilz. Aber ist, glaube ich, eh egal. Weil hier kriege ich bestimmt wieder irgendwas... Ach, ein Stern. Das ist auch praktisch. Ich frage mich, ob ich damit trotzdem da unten drin sterben kann. Ich vermute schon. Warte, warte. Hier oben ist doch... Na siehst du. Genau das ist da drin. Das Problem ist nur jetzt... Ne? Dass ich nicht... Ich kann da unten wahrscheinlich auch drin sterben. Oder mit dem Stern? Ja, natürlich kann ich das. Gut. Mit dem Stern kann ich leider nicht... Die aufheben. Das ist doof. Das brauche ich. Ich brauche keinen Stern. Ich brauche, wenn dann, extra leben. Bitte, du liebes Spiel. So, gib mir einen Pilz. Danke. Und lass mich da rüber. Und lass mich hier... Vielleicht mal... Ja, eine Eisblume. Na ja, gut. Gut, okay. Gibt Schlimmeres. Ups, jetzt sind sie beide wütend. Wie praktisch. Wie praktisch einfach. Wow. Wow. Na ja, irgendwie hat es geklappt. So. Oh. Wollte ich eigentlich nicht, aber... Na ja, was willst du machen? So. Jetzt taut die gleich auf, bestimmt. Oder kann ich überhaupt auftauen, wenn... Ah, ich hab's... Ich hab's geschafft. Das ist ja unfassbar. Ich hab's geschafft. Krass. So geht das also. Gut. Hier mach ich mal ein bisschen... Treff ich die da unten vielleicht? Ah, na wunderbar. So hier... Sieht so verdächtig aus. Ist aber nichts. Ich meine, jetzt geht immer runter mit euren Dingern da. Da ist bestimmt ein Leben drin. Eine hab ich eingefroren. Na, verdammt. Drecksvieh. Hass dich. Ich hasse dich so. Oh. Ach cool. Ich hasse die doch nicht. Nein. Ich hasse das. Jetzt ist das wütend und ich weiß nicht, was da unten drin ist. Wahrscheinlich ein Pilz. Ne, nur eine Münze. Okay. Ah, Halbkreis, Halbkreis. Nicht gut, weil ich hab die erste... Weil ich hab die erste verpasst. Ich weiß nicht, wo die ist. Tut mir leid. So, ich geh zum Ende und dann... So. Hier ist nochmal so ein Ding. Noch ein Stern. Und... Na toll, noch ein Stern. Wie praktisch. Aber hier hätte ich eh rutschen können. Und hier... Naja. Gut, da brauch ich jetzt auch nicht. Ups. Was mach ich denn da? Alter, jetzt krieg ich einen Stern und sterb trotzdem. Wie hab ich das hingekriegt? Wie krieg ich... Wie hab ich das geschafft? Das weiß ich nicht. So. Es geht so nahe. Gut. Also muss ich das Ganze... Ich muss nochmal die erste holen. Es tut mir furchtbar leid. Irgendwann, wenn ich weiß, wo sie ist. Natürlich nur. Na, ist ja klar. So, was bist du? Noch ein Stern. Wieso krieg ich schon wieder einen Stern? Was soll ich denn damit? Da komm ich nicht hoch. Warte, jetzt. Jetzt komm ich hoch. Was ist hier drin jetzt? Was bist du? Eine Münze. Hätte ich gebraucht, wenn ich einen Stern gehabt hätte. Habe ich jetzt aber nicht mehr. So, jetzt muss ich hier hin. Genau. Wow, wow, wow. Und jetzt hier rüber. Genau. Und dann reinfallen. Scheiße. Mann! So ein Mist. Okay, da muss ich nur warten. Ich kenn das Level nicht mehr so richtig. Ist schon ein bisschen her. Man sieht das vielleicht. Ich hab schon wieder so viel Leben verloren. Ist ja unfassbar. So, am anderen Zeitpunkt wär ich da gestorben. Könnt ihr das Luigi zu Ende spielen lassen? Ich weiß aber nicht. Nee, ich lass das mal. Nee, nee, das ist doch doof. So, was ist hier oben drin? Eigentlich, eigentlich eine Münze. Okay. Dann krieg ich jetzt mal einen One-Up. Auch nicht schlecht. Kann man auch ganz gut gebrauchen. Wow. So. Eine Münze. Toll. Aber hier sterbe ich eh nicht daran, dass ich zu wenig Leben hab. Oder zu wenig Lebenspunkte oder was weiß ich. Sondern daran, dass ich hier in das Dings reinfalle. Äh, naja. So, das wird schon irgendwie. Warte mal. Hier muss ich jetzt mal ganz kurz. Nein, nein. Na, scheiße. Ich hätte oben drauf stehen müssen, glaube ich. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Oder ich hätte früher abspringen sollen. Warte mal. Also gut. Ein One-Up hab ich ja bekommen. Das ist ja schon mal ganz praktisch. Und ich lass Luigi mal nicht für mich zu Ende spielen. Das ist gut, oder? Ich glaub, das versteht ihr vielleicht. So, weil das ist mir... Das ist mir dann doch zu... So, das krieg ich jetzt schon wieder einen Stern. Hab ich nicht mal... Ne, nicht mal den krieg ich. Ach, Mann. So, halt hier rüber. Hier rüber. Und da war eh nur eine Münze drin. Die wir natürlich mitnehmen können. So, weil wir hier eh warten müssen. Bis das da oben ist. Gut. Halt. So geht's natürlich auch. Ich wollte nur nochmal zeigen, wie es geht. So, halt und so. Und was ist das? Eine Münze. Wow. Wahrscheinlich auch für irgendeinen Stern. Vermute ich mal. Ich hab das wieder nicht geschafft. Na, egal. So. Level beendet. Und ja. Ich bin auch fertig. So. Ja. Wie lang... Hab ich jetzt schon wieder? Ich weiß gar nicht, wie lang spiel ich denn das schon wieder. Schon wieder viel zu lange. So. Ich würde sagen, ich mach das hier nochmal und dann mach ich meine Aufnahmepause, oder? Ja. Hab ich schon wieder über Länge folgen. Will ich eigentlich gar nicht. Aber ich will dieses Spiel beenden. Ach nein. Nein, das hier. Ach du Scheiße. Wow. So. So, die zweite fehlt uns. Da ist die erste. Gut. Gut. Wow. Diese Pilze. Diese Pilze. Machen einen ja ganz fertig. So, die erste hab ich bekommen. Gut. Gut. Das heißt, die zweite fehlt uns noch. Und die ist wahrscheinlich irgendwo oben? Nee. Ich weiß es nicht. Ist die hier irgendwo oben? Ich kann auf jeden Fall da oben langen. Hm. Frage ist, nee. Ich glaub, es ist um da drüber zu fliegen, oder? Ich muss... Ich geh jetzt erstmal hier hin. So, hier ist ein P-Switch. Hier kann man drüber fliegen. Das weiß ich. Das hab ich, glaub ich, auch damals gemacht. Okay. Muss ich bloß noch warten, bis ich... Ach, jetzt springt er nicht richtig, Mann. Jetzt hat er getroffen. Oh. Ach, die Münzen da oben, auch nicht schlecht. Ach, du Scheiße. Na toll. Nein. Was macht denn Mannsprung? Mann. Mario. Oh, deswegen bin ich rüber geflogen, oder? Ich glaube. So. Gut. Also jetzt mal ohne rüber fliegen. Einfach ganz regulär. Mit sterben. Ist auch toll. Und mit P-Switch treffen. Auch mal ausnahmsweise. So. Nein, jetzt. Geht uns da wieder so ein bisschen. Jetzt ist das Ding da im Weg. Egal. So, jetzt muss ich irgendwie da hoch. Was so nicht geht. Scheiße. Mann. So ein Scheiß. Ach. Das ist so fies. Hätte ich vom Weg da abspringen müssen. Gut. Ich habe zwar immer noch nicht die Sternmünze gefunden, aber immerhin kann ich das Level nochmal machen und dabei versagen. Elendig. Alter, was machst du da? Was machst du da? Was machst du da? Mario. Was soll denn das? Mal springt er hoch, mal nicht? Ich verstehe das nicht. Ich kann ja mal alle Leben verlieren, die ich hier habe. Das ist ja kein Problem. So. Also, ich wollte ja eigentlich... Das nur machen und dann die Münze holen und dann eine Aufnahmepause machen. Aber wie man sieht, wird das wohl nichts. Jetzt. So. So. So, den Fehler hier mache ich nicht nochmal. Scheiße. Ah, ich kann ja unten lang einfach. So. Nicht zu schnell. So, warte. Hier rüber. Hier hin. Genau. Ah, immerhin Pilz. Das ist ja schon mal was. Scheiße. Okay, da wäre ich nicht... Da komme ich nicht dritter durch. Toll, dass mir das keiner sagt. Mann. Okay, ich muss hier leider auch alles ausprobieren. Weißt du? Weil ich ja hier auch... Das ist ja eine tolle Ausrede. Weil ich auch die Sternmünze brauche. Wow. Okay, nochmal warten. Das geht gar nicht richtig hier. Das ist ja unfassbar. Was ist das Ding da im Weg? Toll, da wäre ich jetzt eh gestorben. Ob ich nur gegen das Ding geflogen bin oder nicht. Okay, ich muss unten bleiben. Es tut mir leid. So. Wegler-Wahnsinn. Also, nächster Versuch. Ich bin wirklich versucht, jetzt hier bald einen Powerflügel zu nutzen. Einfach nur, weil das hier so scheiße ist. Wow. Nein. Nein. Mann. Springt der immer daneben. Ha, ich. Das ist so, so scheiße. Also, auf dem Wegler, das ist einfach so scheiße, dieses Level. Ich will nur diese blöde Sternmünze haben. Und dann hau ich hier ab. Und ich wette, die habe ich jetzt schon verpasst. So viel Glück, wie ich habe. Das geht natürlich nicht. Ist doch klar. So. Hier könnte man rüberspringen oder einfach nicht. Und ich wette, da oben ist die Sternmünze, oder? Nee. Ich glaube nicht. Nee. Hättest du ja beim Rüberfliegen eigentlich bekommen. Hm. Ich bin da, glaube ich, auch wirklich rübergeflogen, ne? Ich vermute ich mal. Was kriege ich jetzt? Pilz! Alter, das Spiel mobbt mich. Alter, das Spiel mobbt mich. So. Ups. Hier ist die letzte. Okay. Ich weiß nicht, wo die andere Sternmünze ist. Aber wenn ich schon dabei bin, kann ich das Level ja mal regulär durchspielen. So. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas Tolles. Zum Beispiel gar nichts. Oder auch, egal, so. Ich finde diese Sternmünze nicht. Ich würde sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten und vielleicht auch mal die anderen Videos gucken. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschööööö.